naja du bist ja und herzlich willkommen so eine runde zu weit games mit dem martin und dem christian der was ist auch auch gut aufnehmen kann weil ich ihm neuner gezeigt haben steinschwert es leckt bei mir nicht da kommt gott was ist das was wir auch zu dem system ist rumgelegt ich habe euch alle wappen gott legt alle bei mir danke es legt so rum bei mir die mann doch zu dem ja ja dass sie mal gehen ich sterbe ich sterbe nein einen war hat er leckt so rum bei mir ist glaubt ihr gar nicht hab ihn hab ihn ist das Verteil irgendwie besser hab ihn auch wir haben hier hat ihn auch gescheitert alter ja wie ich bin mir gekürzt hat mit dir und hier macht Christian ein besserer Schwert ja da braucht man unbedingt ein besseres Schwert wenn ich schon bei mir so rumleckt wenn der Bond hey da unten äh hat ihr das Ideas oder irgendwie zu Eisen weil ich hab's nix falls ihr dann nix habt ne ne also wir haben einfach richtig viel geguckt ja ich hab für jeden einen Kompass hier und hier äh ich hab schon keinen Kompass ich tu ich hab dich entfernt und Martin ist auch ah ja stimmt entfernt ist mir noch so ok go ja meiner ist auch da ja so auch du wirst du wirst du wirst mich weil ja ich leckwissen da hinten sind sie da hinten sind sie ok ich hab kurz den Namen gesehen die sind dahinten ja ich seh ich seh ich sieh die da da ist der ist da stürmen oh ist das kacke dass er mir so rumleckt bei mir nicht also brauchst du die ganze Zeit mehr kann bei mir nicht ein bisschen bei mir alle total nicht sägen sondern hängen hängen aber es passt noch ne bei mir überhaupt nichts ja du meinst ja oh sorry wo seid ihr denn hin wo seid ihr denn wo die die sind tot das ist tot das lust drauf müssen ich ich kann ich mich nicht nicht ich ich ist gut ich bin fast tot wenn ich nicht nicht die 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 ich habe umgebracht die hatten mit den Eingang nicht abgestattet das was man kippen was noch ein nach oben ich habe mich um Prozent das ist ein bisschen warte warte auf mich warte und es war richtig kraftvoll ich bin ein bisschen aus müssen das ist so krass gewissen hast du Eisen? weil ich ja hab Sticks ne ich hab nichts also ich hab auch Sticks aber kein Eisen so dann komm ja ich bin am lieb da kommt was will aber woanders hin ja ja hier komm mit warte kurz im Wasser ja kill den oder? du hast ihn aber da ist noch einer da ist noch einer ja sauber sauber hier hat den Eisenhelm warte ich geb dir den Eisenhelm bestehen wir hier ne bessere Hose danke ne Angel ich hab zwei Eisen du hast voll iron ok ich hab zwei Eisen ich kann kennt mir das kraften ok aber da ist jetzt ein crafting table ich kenn mich nicht so auf dem jetzt aus äh ok egal ich tu jetzt einfach kurz aussortieren so so die Herren äh ja sind wir definitiv auch Team? nö würde ich jetzt nicht so sagen das mit alten Schmerz so na scheiß ich bin tot hat sich bekommen ja aber trotzdem ne gute Runde ja mal gucken ob ich ihn noch bekomme er ist hinter dem Zelt Martin jetzt rennt er wieder genau ja ja das ist ne Pussy Taktik naja ich hab's immer mit dem ich hab's immer mit dem Feuerzeug und dann du sie sich mit der Angel zurückschubst damit Diana um sehr viel Leben verliebst aber ich hab Schillingsmitte immer in diesen äh tipis ist äh so ein behalte dich Martin ich muss gleich weg nein ich geh jetzt drauf please hat er sich selber angebrannt? ja ja ich sag dir ist wer drin oder sowas komm schon oh come on was ist das für ein Typ richtig schlimm dem ja egal ähm ich hoffe ich hab die Folge gefallen Leute oder? ja ok ach schade ich hoffe ich hab die Folge gefallen Leute und ja würd ihr noch was sagen? ja ne also ich würd nur sagen äh schaut beim Nick und äh schaut beim Nick und beim Christian vorbei legt sie den Schreibung und bei Martin jo bei mir auch das war meine Destroyer tschoooooo tschoo bis tsch